Mit OGDarek. Wie versprochen kommt das neue Video, das Erklärvideo eines Skateboards. Was ist eine Nose, was ist eine Tail, was ist ein Concave und das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei, bleibt dran. Skateboard hat mehrere Bezeichnungen. Es gibt einmal eine Bezeichnung, das ist die Nose. Die Nose ist die Nase und das Tail ist der Hintern sozusagen. Dann besteht ein Skateboard aus meistens sieben Schichten. Oft ist das Aron Holz aus Kanada, aber es ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Unsere Bretter von Dreamforest sind aus Aron Holz und sieben Schichten. Wenn du dir ein Skateboard kaufst und du weißt nicht, wo die Nose und die Tail ist, du hast echt keine Ahnung, dann gibt es einen kleinen Trick. Du legst jetzt das Board gerade auf den Boden und dann gehst du etwas weiter weg, ungefähr so 2 Meter, sage ich jetzt mal, und guckst dir das Board nochmal an. Dann wirst du sehen, dass eine Seite etwas höher ist und die andere Seite etwas niedriger ist. Und die höhere Seite und die längere Seite ist natürlich die Nase. Das musst du dir so vorstellen, deine Nase ist auch lang bestimmt. Und ja, die Nase ist halt immer lang und so kannst du erkennen, dass es die Nose und der Arsch ist halt etwas schwerer und deswegen auch Tail. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ich komme etwas näher dran. Links ist die Nose, rechts ist das Tail. Manche erkennen das vielleicht nicht durch die Kamera, aber wenn ihr es zu Hause macht, dann werdet ihr auf jeden Fall erkennen, dass eine Seite höher ist als die andere. Und schön kann man auch sehen, dass Concave, wie hoch und wie darunter es geht. Ja, das Concave ist dafür da, um die Tricks besser zu ziehen und dass das Board natürlich auch belastbar ist. Dafür ist eigentlich die Concave da. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu erklären zum Skateboard. Nose, Tail, Concave, sieben Schichten, Aron-Holz. Daraus besteht eigentlich ein Skateboard und das sind so die Wörter für ein Board. Ich zeige euch das mal. Wenn ich zum Beispiel einen Kickflip mache, habe ich meinen Fuß ja nach den Poppen in dieser Position und ziehe den hier raus. Durch diese Wölbung reibt mein Schuh hier hinaus und so bekomme ich halt die Drehung des Kickflips hin. Oder zum Beispiel beim Heelflip, ich poppe und ziehe mit Vollspann hier raus. Durch diese Wölbung, durch das Concave, komme ich mit dem Fuß hier an die Erhöhung. Und durch diese Erhöhung ziehe ich halt den Heelflip. Das war es schon von der Erklärung des Skateboards. Im nächsten Video wirst du sehen, wie wir fahren, wie man pusht. Wenn man durch die Straßen fährt, bevor du halt Tricks machst. Und der erste Trick wird ein Olli sein. Das ist halt das Hochspringen mit einem Skateboard, damit du auch einen Bürgersteig und die Rampen hochspringen kannst. Skateboard fahren lernen mit OG Direct. Heute lernen wir den Olli. So, beim Olli ist es natürlich wichtig, die Fußposition zu haben. Da ich regular fahre, habe ich den linken Fuß vorne und den rechten hinten. Und das ist meine Olli-Position. Der hintere Fuß mit den Zehenspitzen ans Tail. Und den Ziehfuß ungefähr so ein Stück vor den Schrauben, damit du auch richtig ziehen kannst. Jetzt zeige ich mir die Bewegung vom Olli ohne Skateboard, damit du mal verstehst, wie diese Kombination zwischen Poppen und Ziehen eigentlich funktioniert. Sozusagen einmal Poppen, Ziehen und dabei mit etwas nach vorne springen und nach dem Ziehen den Fuß locker lassen. Das ist sehr wichtig. Also nochmal Poppen, Ziehen und Fuß hinten locker lassen. So, ich stecke mir mein Bord jetzt nochmal hin. Da ich regular Fahrer bin, wie gesagt, habe ich den linken Fuß vorne, den rechten hinten. Einige Zentimeter von der Schraube weg, weil du musst ja eine Ziehfläche haben. Jetzt versuche ich mal einen Olli im Flat zu machen für euch. Einmal schön in die Hocke gehen, Poppen und Ziehen. Das zeige ich euch mal von nah nochmal. Jetzt mache ich einen Olli im Fahren für euch. Hier ist ein guter Boden, um Olli zu machen. Jetzt stelle ich die Kamera unten auf den Boden und du kannst genau sehen, wie ich poppe, wie ich ziehe. Und das mache ich auch nochmal in Slowmotion für euch, damit du richtig sehen kannst, wie der Trick funktioniert. Der Olli ist einer der wichtigsten Tricks, die man beim Skaten braucht. Man braucht den Olli, um Stufen runter zu springen, um auf Ledges drauf zu springen, für alles sozusagen. Der Olli ist der erste Trick, den ein Skateboardfahrer lernen muss, um die anderen Tricks zu lernen, wie Kickflip, Heerflip. Würde ich erstmal den Olli lernen, bevor du die Fliptricks lernst. Als ich damals Olli gelernt habe, habe ich mich meistens immer an so eine Wand hier gestellt, mein Board hingestellt, dann mit beiden Armen mich hier festgehalten. Das zeige ich euch von einer anderen Position. Und dann immer diese Olli-Bewegung halt gemacht. Immer wieder poppen, ziehen, poppen, ziehen. Und dabei sich hier festhalten, damit du auch gerade bleibst. Und nach einer Zeit wirst du merken, dass du die Technik langsam raus hast und der Olli auch funktioniert. Wenn du das einige Zeit lang gemacht hast und merkst, du kannst den Olli ein bisschen, dann nimmst du eine Hand. Nachdem du merkst, du kannst es auch mit einer Hand, dann ziehst du die Hände weg und versuchst es mal ganz alleine, ohne Hände. Und du wirst merken, er wird langsam kommen. Natürlich gehört da Fleiß und Üben dazu. Deswegen bleib dran und mach immer weiter, bis es funktioniert. Wenn du dann geübt hast und soweit bist mit dem Olli, versuchst du ganz langsam zu fahren und den Olli im Fahren hinzukriegen. Weil das ist nämlich das Allerwichtigste, dass du den Olli im Fahren kannst. Weil du willst ja auf der Straße im Bürgersteig hochspringen, Stufen runterspringen, Geländer anspringen. Also alles, dafür brauchst du den Olli. Und deswegen fährst du ganz langsam und machst ganz langsam im kleinen Tempo Olli-Versuche. Und wieder pushen. Und nochmal Olli, die ganze Zeit. Und wenn der Olli im Fahren klappt, dann kannst du vielleicht das erste Hindernis nehmen, zum Beispiel so einen Strich, Kanaldeckel, erstmal was Kleines. Wenn das dann funktioniert, so ich mach mal auch mal einen Olli über einen Strich hier für euch. So, es hat ja auch geklappt. Ich fahr ja schon lange Skateboard. Das ist ja wirklich nur das Video für Anfänger, die wirklich lernen wollen, wie man einen Olli lernt. Und dafür würde ich euch helfen. Wie gesagt, wenn du den Olli im Fahren beherrschst, dann kommen die ersten Stufen dran. Für den Anfang würde ich vielleicht Zweier nehmen oder Dreierstufen. Das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, Fünfer. Fünferstufen. Und die werde ich jetzt für euch Olli machen, um zu zeigen, wie das aussieht, wenn man so einen Fünferstufen Olli runter macht. Das war mein Olli, die Fünfer runter. Jetzt nochmal von der anderen Position. Mal von der Seite. Dann seht ihr auch mal, wie das von der Seite aussieht, wenn man Olli die Stufen runter macht. So, jetzt mache ich eine kleine Olli-Line. Olli über diese Kante da vorne und Olli die Fünfer runter. Der Digge, der filmt mich dabei. Und das ist ja keine schwierige Line, deswegen muss das eigentlich klappen. Also, damit ihr sehen könnt, dass man über kleine Kanten springen kann und Stufen runter springen kann. Wie gesagt, üben, üben, üben. Dann kommt der Olli auch. So, das war es vom Olli-Video. Also, gib nicht auf, wenn du ein Olli am Üben bist. Immer wieder probieren. Ich kenne das Gefühl, meine Schüler, wo ich in meiner Schule trainiere, die geben manchmal sehr oft auf. Aber sobald die ein bisschen weitermachen und den ersten Olli stehen, sind sie sehr motiviert. Wenn du das Fahren beherrschst, den Olli im Fahren, dann nimmst du dir die erste Stufe vor und dann steigerst du dich. Von der ersten Stufe, zweite, dritte, vierte bis unendlich. Kommt drauf an, wie gut du den Olli übst. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video. Abonnier meinen Kanal und du wirst keine Videos mehr verpassen. Bis zum nächsten Video. Dort lernen wir den Kickflip. Bis dahin, meine Freunde, geht raus, geht skaten. Peace out.